es ist oktober wir sind mal wieder in spanien und wir sind auch mal wieder auf dem camping ma Azul und hier treffen natürlich viele bekannte gesichter aber auch immer mal wieder neue camper und jetzt habe ich eingetroffen ja das ist nicht so einer so wie wir sondern das ist so ein bisschen anders ist der und den möchte ich heute vorstellen herzlich willkommen zu meiner reportage ja jetzt stehe ich ja hier auf dem platz und zwar von dem camper Arno Arno steht jetzt da Arno komm mal zu uns oder zu mir hallo Arno ja wir haben uns schon vorher mal unterhalten über deine geschichte hier du bist nicht so ein ganz normaler in Anführungszeichen Camper sondern du bist auch nicht nur im winter hier auf diesem campingplatz ma Azul sondern was machst du genau ja also ich bin natürlich durch den winter hierher gekommen das erste mal 2016 ich habe da mal rund geguckt ich hatte vor nach südspanien zu fahren und dann guckt man natürlich auch mal bei youtube und dann habe ich da was von hako gesehen und dann habe ich da mal reingeguckt und dann erzählte mir der hartmut konrad halt dass es einen schönen campingplatz gibt in balerma der relativ neu ist der alles sauber ist alles frisch ist alles gut gemacht ist und dann habe ich gedacht gut das ziel sollen dann bin ich dann so durch spanien gefahren war gut sechs Monate unterwegs und kam dann hier an und hab den ersten winter verbracht das hat mir sehr gut gefallen ich bin dann kurz nach deutschland aber so nach drei vier tagen in deutschland habe ich gedacht was machst du hier eigentlich immer im kopf balerma balerma ja so und dann bin ich zum habe ich eine lange tour gemacht weil ich auch mir portugal mal ansehen wollte und dann bin ich hier langsam runter gewandert war dann ende anfang mitte oktober war ich hier so um die zeit vor einem jahr ja hab dann wieder den winter hier verbracht und habe gedacht bleibt doch hier ja und da ich zu hause keine igel zu bürsten hat wie man in thüringen sagt bin ich halt hier geblieben und habe den ganzen sommer hier verbracht und verbringe jetzt den kommenden winter auch wieder hier und den nächsten sommer auch ja erzähl uns mal so ein bisschen wie ist es im sommer wir sind ja hier als als überwinterer oder im winter hier sind kennen wir ja nur die situation frühjahr herbst oder winter aber im sommer kennen wir den platz gar nicht wie ist es im sommer hier gut fangen wir noch mal beim winter an da ist es natürlich schön ruhig hier es gibt geregelte zeiten die leute essen typisch mittag so wie man in deutschland mittag ist die essen um 18 nur abendbrot und um 20 15 ist die tagesschau vorbei so das ist im sommer natürlich ganz anders dann hast du überall hier spanier mit familie mit vielen kindern entsprechend ist die lautstärke und durch die temperaturen die so in diesem sommer maximal bei 38 grad etwa lagen ist es natürlich auch so dass du über tag ziemlich lazy bist du bist träge du bist spanisch die siesta hat schon ihren grund und das ist hier auch so die spanier kommen vom strand essen mittag kurz aber immer was kaltes und dann machen sie es jetzt da und wenn du dich da nicht darauf einstellst und das machst dann macht das leben hier wenig freude denn es ist dann auch nachts bis um eins halb zwei durchaus auch mal lauter und dann muss man einfach mitmachen oder man muss zugucken und es genießen und dann ist alles in ordnung man hat wunderbar man hat einen anderen lebensrhythmus denke ich ne man schläft morgens etwas leer ja und ist dann eigentlich froh wenn man nachmittags mal ein bisschen in den schatten auch kann wir sind ja mit der sonne mit der sonneneinstrahlung auch nicht so gewohnt und gegen abend geht man dann schon mal ein bisschen an strammt ja schön ja jetzt hast du auch so ja ein etwas anderes wohnmobil als ich zum beispiel das ist das ist ein vortransit der kommt aus dem katastrophenschutz der katastrophenschutz ist ja in den letzten jahren irgendwann mal komplett auf neue beine gestellt worden das übernehmen ja heute die normalen rettungsdienste und die landkreise müssen halt keine autos mehr vorhalten dieses auto hat also gut 21 jahre fast nur in der garage gestanden der ist baujahr 1990 gekauft mit 23.000 kilometern und das war natürlich eine schöne grundlage um mir dann einen kleinen camper daraus selber zu bauen das habe ich bei jemandem gemacht der kleine schreinerwerkstatt hat also auch entsprechend gutes werkzeug so dass wir das alles schön anpassen konnten an die wölbungen vom fahrzeug und 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 dann habe ich mir meinen grundriss gebaut und mit dem hat es gut geklappt im ersten winter war ich sogar noch ohne bett unterwegs da hatte ich nur eine garten liege auf der eine matratze lag dann habe ich gedacht na ja verschenkt eine menge platz unten drunter ich wollte immer was drunter schieben ging aber nicht nicht also haben wir dann im jahr drauf in deutschland noch schnell ein bett reingebaut jetzt habe ich so 50 zentimeter höhe wunderbar viel stauraum kann sogar ein klappfahrrad mitnehmen siehst du und jetzt hast du mir erzählt vielleicht steigst du um auf wohnwagen ja einfach aus platzgründen es kommt jemand der wird wahrscheinlich ohne wohnwagen wieder nach deutschland fahren und vielleicht auch nicht mehr hierher kommen ja alles gut und den wohnwagen würde ich gerne übernehmen es ist dann einfach man hat ein bisschen mehr platz und man hat ich habe dann auch das auto wieder frei um damit fahren zu können so ist es wenn du hier lebst du richtest dich da hinten ja auf das leben ein nicht mehr darauf dass du morgen mal schnell losfährst oder so nicht genau das ist suboptimal deswegen bin ich auch froh dass ich den roller im moment leihweise habe da kann ich schön mit einkaufen fahren oder mal schnell zur apotheke oder zum onkel doktor und dann ist es wieder gut apropos aber onkel doktor du hast erzählt du warst hier auch beim zahnarzt und musstest ihren zahn ziehen lassen glaube ich ja ja den sieht man natürlich nicht mehr aber er war ganz schön böse zu mir und dann immer wer böse zu mir ist im esszimmer der fliegt raus und ich dachte das wäre ein riesen problem dass der zahnarzt vielleicht nicht ziehen will und dann heiden theater macht so kenne ich das aus deutschland die wollen ja erstmal noch zehn neue termine verkaufen und den zahn reparieren kann ich ja verstehen aber bin hier hinten habe auf englisch rumgestottert dass der zahn raus muss oder so gesagt setz dich mal hin hat ein bild gemacht und dann kam das extraktionswerkzeug und habe ich 30 euro bezahlt mit narkose bin nach hause gegangen und habe gedacht was war das denn jetzt weil das sind so zahlen für arztdienstleistungen die kennt man aus deutschland nicht richtig da hast du natürlich vollkommen jetzt auch noch eine geschichte die mich so ein bisschen verwundert hat hier gibt es ja im ort balerma gibt es ja einen konsum und der ist ja gut ausgestattet da kann man alles einkaufen aber der macht auch folgendes erzähl ja der konsum bietet so bei größeren einkaufen einkäufen insbesondere wenn man jetzt viel getränke kauft so ab 60 euro und kostenfreien liefer service an die kommen hier mit dem auto an kastenwagen und liefert ihr alles bis auf die parzelle das ist natürlich für jemanden wie mich der kein auto hat ist das ideal du bist du fährst halt hin ob man fahrrad oder wie auch immer oder läuft hin sind ja nur anderthalb kilometer also viele laufen das auch und dann kaufe ich entsprechende mengen ein vor allen dingen bei schweren sachen getränken und so weiter bietet sich das an und füllen meine konserven und gläser alle wieder auf und 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 habe so meine liste im kopf und dann kommt er nachmittags um vier vereinbaren wir meistens und kommt er hierher und liefert und stellt mir alles in den schatten kriegt zwei euro fünfzig und freut sich ja wunderbar und service ohne ende ja 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 das habe ich auch nicht gewusst ich habe es dann gesehen hoppla was ist hier los gleich hin gefragt ja ja das ganz einfach ja und seitdem mache ich das so und das hilft mir wirklich weil ich dann eben auf einem rutsch alle getränke kaufe habe ich manchmal für mehr als einen monat habe ich getränke hier im auto wunderbar ja du lebst hier alleine arno aber nicht ganz alleine ja vor allen dingen für die reise war es schön so eine kleine weiße hündin mit dabei zu haben und die habe ich mir dann durchs internet natürlich macht macht man das sonst heute von einem tierschutzverein geholt das witzige ist sie kommt ursprünglich aus almeria saß da allerdings in der tötungsstation gab halt kein frauchen mehr oder kein herrchen mehr und dann ist sie durch den tierschutzverein nach deutschland gekommen zu partner zu einer patenfamilie und dort habe ich sie dann übers internet gefunden und mittlerweile sind wir natürlich ein herz und eine seele sind ja 24 stunden am tag zusammen das ist ja andere machen das mit einer frau ich mache das halt mit einem vierbeinigen hundemädchen und als ich dann jetzt hier war der platz sich etwas gelehrt hat die spanier weg waren da kam dann noch die platz katze also so ein kleiner schwarzweißer junger kater ja ja der hat uns zwangs adoptiert jetzt wohnt er auch mehr oder weniger bei uns vor allen dingen nachts was ein bisschen beschwerlich ist ich habe zwar zwei meter bett da drin ja aber nur 70 zentimeter breit nicht also du musst dich dann schon so ein bisschen um zwei tiere drum rum drehen kannst du gar nicht verhindern und der kam natürlich immer und hat die futterreste von queenie erstmal weg vernascht und dann hat er mich auch mal an sich dran gelassen das hat also mehrere tage gedauert der war sehr scheu aber mittlerweile ist er so zutraulich wir sitzen dann abends auf dem couch im fernsehsessel und dann sitzt er neben mir und schnurrt und schnurrt und schnurrt und schnurrt ja 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 wo ich gerade merke das einzig ärgerliche im sommer da müsst ihr mit leben das sind die fliegen ja die haben wir jetzt auch ich bin auch schon immer am gabbeln hier ja das ist ja unangenehm mit dem fliegen das macht einen nervös nee du hast aber in deutschland die zelte abgebrochen und du hast kein zuhause mehr in deutschland also man ja man macht das so wie ich es mache ja nicht ohne grund ganz klar es ist eine geldfrage gewesen ich bin praktisch zwölf jahre zu früh aus dem berufsleben ausgeschieden durch krankheiten was das im einzelnen war es war zum teil sehr bedrohlich und dann kriegst du erwerbs- und fähigkeitsrente dann will dich ja auch kein arbeitgeber mehr ich bin dann vier jahre als dauercamper in deutschland auf zwei plätzen gewesen und dann habe ich noch mal so einen rückfall bekommen und hab dann gedacht meine güte was machst du hier jetzt gehst du wieder auf den campingplatz ja und dann sitzt du da und wartest auf den nächsten ja es war ein herzinfarkt okay hab ich gesagt das kannst nicht gewesen sein du warst noch nicht in portugal war so lange noch nicht in andalusien und dann habe ich alles verkauft habe die kleine hündin besorgt das auto besorgt ausgebaut ausprobiert wieder hin weiter gebaut und dann sind wir losgefahren und das war die richtige entscheidung heute morgen im übrigen habe ich bei ntv gelesen die spanier werden in 30 40 jahren die im durchschnitt älteste bevölkerung haben also die am längsten leben über 85 jahre habe ich gedacht gutes ziel bleibe ich hier ja wunderbar ja arno da danke ich dir für deine ausführung für deine ehrlichkeit hier und alles wie das hier so abläuft da haben wir jetzt wieder ein paar informationen gekriegt von dir ich wünsche dir hier weiterhin schöne zeit auch im sommer wir werden uns hier noch mal ein paar tage immer wieder sehen sobald ihr wieder da seid sehen wir uns sehen wir uns wieder ich warte ja nur auf euch ich bin hier alles klar arno dankeschön gerne ich sage von ihr auch dankeschön an euch fürs zuschauen würde mich freuen über einen daumen nach oben für das video würde mich natürlich auch freuen wenn ihr meinen kanal abonniert falls es noch nicht gemacht wir habt ansonsten sage ich wieder dankeschön und bis zum nächsten mal 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 bis zum nächsten mal